Heute war eine Podiumsdiskussion mit Axel Voss und anderen politischen Vertretern anderer Parteien. Und das war eine sehr, sehr kurzfristige Sache. Da hatte mich ein Schüler der Schule quasi kurz vor acht aus dem Bett geklingelt und hatte gesagt, ja hier Podiumsdiskussion, du bist dabei. Der hatte sich dafür eingesetzt, dass eben auch die Piraten gerade bei einer Podiumsdiskussion, wo Axel Voss dabei ist, eben auch einen Platz auf der Bühne finden. Ja, ich habe mich fertig gemacht, bin da hingelaufen, weil zufälligerweise war diese Schule, die Berufsschule, eine technische Berufsschule nur zehn Fußminuten von mir entfernt. Also von daher war das echt großes Glück. Ja, dann selber auf der Podiumsdiskussion. Es waren die Vertreter unterschiedlicher Parteien eben dort, von der SPD, FDP, von der Grünen Jugend auch. Und war durchaus interessant, weil die Schüler hat sehr das Thema Uploadfilter unglaublich stark interessiert. Es war auch sehr, sehr emotional. Und fast alle Fragen drehten sich quasi darum. Also manche haben dann so versteckte Fragen gestellt. Die haben dann irgendwie am Anfang erst so irgendwas zu Umweltschutz gefragt. Und dann am Ende nochmal, ja, aber wie ist das denn jetzt eigentlich und wie haben sie sich das denn vorgestellt? Und für mich einerseits interessant war, ich habe jetzt Axel Voss das erste Mal kennengelernt, ihn das erste Mal auch live sehen können. Interessant war für mich einfach, dass die Argumentationsstrategie immer noch dieselbe ist. Und das hätte ich anders erwartet, beziehungsweise bin ich schon fast enttäuscht, muss ich gestehen. Also einerseits natürlich erstmal Respekt, muss ich wirklich sagen, dass er quasi von einer Veranstaltung zur nächsten zingelt und das Thema Urheberrechtsreform verteidigt. Und sei es irgendwie mit Solmecke, was heute am Nachmittag noch war oder vor ein paar Tagen bei der Republika mit Markus Beckedahl. Also weiß ich nicht, wenn du, glaube ich, die ganze Zeit nur verschnauzen kriegst, dann hast du irgendwann eigentlich auch keinen Bock mehr da drauf. Aber der zieht das durch und er sagt leider immer das Gleiche. Und das ist für mich tatsächlich doch interessant gewesen. Also das habe ich so noch nicht erlebt. Also ich habe durchaus ja schon viele, sehr, sehr viele Podiumsdiskussionen gemacht und ich habe auch als Direktkandidat schon mehrfach kandidiert. Und dann hast du natürlich bis am Morgen mit dem SPD-Kandidaten hier ineinander geraten und zu einem ähnlichen Thema. Am Nachmittag hat man nochmal eine Podiumsdiskussion. Aber eigentlich werden immer wieder unterschiedliche Dinge genannt. Das hat Axel Voss nicht getan. Ja, also für mich fast enttäuschend. Also ich hatte mich gedanklich echt krass darauf vorbereitet. Mensch, was kann man da sagen? Was wird der sagen? Wie kann man die Argumente auseinandernehmen? Was werden da jetzt auch noch für Argumente kommen? Und es sind eigentlich immer wieder die Gleichen gewesen. Also nicht die Gleichen an diesem Ort selber. Also da hat er sich nicht wiederholt. Das ist jetzt nicht. Aber er hat von der Republika zu vorherigen Veranstaltungen immer wieder das Gleiche gesagt. In der gleichen Tonalität. Und so, dass man quasi, wenn man die Interviews kennt, durchaus auf Argumente eingehen konnte, bevor er sie genannt hat. Habe ich auch einmal gemacht. Gab dann auch etwas Gelächter dazu. Weil man quasi schon vorhersehen konnte, was er sagen möchte. Ja, das ist interessant gewesen, muss ich sagen. Also, ja, wie gesagt, also fast enttäuschend. Mich wundert das wirklich, dass eine so große Partei wie die CDU, die jetzt eben auch Axel Voss, der jetzt vielleicht zu einer leidlichen Berühmtheit geworden ist, also durchaus bekannter, würde ich fast sagen, als der Spitzenkandidat von der CSU, beziehungsweise von der Union im Allgemeinen. Und dass es da keine Arguleiner gibt, also dass es da keine Leute gibt, die im Hintergrund irgendwie zurechtschreiben und sagen, hör mal, wir haben jetzt hier ein paar Arguleiner und folgende Argumente musst du bringen, damit du bei Leuten von 20 bis 30 irgendwie erfolgreich bist, dass du von Leuten von 40 bis 60 irgendwie erfolgreich bist. Man hat ja unterschiedliche, also die Zuhörenden haben ja immer unterschiedliche Lebenssituationen und da sind die Interessen anders gelagert. Schien irgendwie nicht so zu sein, also keine Ahnung. Also für mich, nach meinem Vernehmen nach, waren es immer wieder die gleichen Argumente oder zumindest sehr, sehr, sehr ähnlich klingende Argumente. Die, im Endeffekt, wie es gelaufen ist, sehr gut gelaufen, also unglaublich gut gelaufen für uns als Piraten, möchte ich sagen. Ich bin einem feinen Zwirn aufgekreuzt mit Hemd und Jackett und allem drum und dran, was für viele, was sehr gut ankam. Durchaus ungewöhnlich, nämlich, du hast den Pirat hier, der kommt hier in einer guten Kleidung, also wie alle anderen, wie alle anderen, muss ich dazu sagen. Das ist sehr gut aufgenommen worden und, also so als Feedback für die anderen, die noch Podiumsdiskussionen machen. Es ist auch sehr gut aufgenommen worden, dass ich mich ja in vielen Fragen etwas nach vorne gedrängt habe, dass ich eben auf die Schüler und so weiter eingegangen bin. Es hat alles wundervoll funktioniert. Der Kollege irgendwie von der SPD, der ist in Irgendwo verschwunden, weiß ich nicht, der hatte mir dann nur an der Seite dann irgendwie gesagt, so, der Populist verlässt die Bühne. Und dann dachte jeder, also ich dachte dann zumindestens und Herr Voss, der dann neben ihm saß, dachte, der geht jetzt aufs Klo, weil seine Tasche stand dann auch. Aber dann war der weg. Also der war dann irgendwie für, glaube ich, eine halbe Stunde nicht mehr da. Das ging, glaube ich, eine ganze Stunde oder etwas mehr. Ja, dann war der weg und habe ich auch nicht mehr gesehen. Hat niemand mehr gesehen. Von der FDP kam quasi kaum zu Wort, von den Grünen nur bei einem Thema Umweltschutz. Ja, und ansonsten ging es tatsächlich Flüchtlingspolitik, Umweltschutz, ganz viel Urheberrechtsreform. Und das, ja, das lief sehr gut. Über die fachlichen Dinge musste man, musste ich dort an dieser technischen Berufsschule kaum was sagen. Da kennt sich jeder aus. Das war auch sehr praktisch, dass die Begriffe, die ich dort eben eingeworfen habe, auch verstanden werden. Also wirklich merkbar verstanden. Sondern ich bin darauf eingegangen, dass wie respektlos eben auch die Union mit der gesamten Bewegung umgegangen ist. Dass es eben als Bots oder eben bezahlte Leute angegangen wurden. Und dass eben ich als Europäer das so sehe, dass es eher demokratiefeindlich war. Dass viele junge Menschen gerade die Hoffnung, beziehungsweise eben das Vertrauen zunehmend in die großen etablierten Parteien, zunehmend in die Politik im Allgemeinen verloren haben. Und wahrscheinlich dann gar nicht wählen gehen oder Protest wählen. Und das finde ich unglaublich schade, wenn dann eben so diffamiert mit potenziellen Wählern umgegangen wird. Und das ist überhaupt nicht respektabel. Ja, im Allgemeinen aber, also das kam sehr gut an. Im Allgemeinen aber war die Stimmung doch sehr emotional dort. Ich habe einige Male appelliert auch, und es ist auch sehr gut angekommen, dass wir doch, auch wenn es sehr emotional ist, wir doch uns auf der politischen Ebene treffen und eben nicht auf der persönlichen. Ähm, das ist von allen dann auch so committed worden. Also wurde mir dann auch nochmal am Ende dann in der Fragerunde doch auch nochmal sehr positiv entgegengehalten, dass ich da persönlich auch darauf achten wollte, dass es eben nicht in Beschimpfung endet oder auch ich selber nicht beschimpfen wollte. Ja, ähm, ansonsten muss ich sagen, wirklich ex... Ja, hört sich jetzt komisch an, das ist von der Person natürlich sehr, aber ich fand es sehr gut. Ich fand es eine wirklich sehr gut gelaufene Podiumsdiskussion. Und wirklich am Ende gab es sehr viel positives Feedback von den Leuten, die da waren. Auf Twitter selbst habe ich dann auch gehört, also weil einige waren am Twittern, dass es sehr positiv aufgenommen wurde. Und, ähm, ja, gerne häufiger, möchte ich sagen. So weit die Zusammenfassung von der Podiumsdiskussion des heutigen Tages mit Axel Voss.